so hallo zusammen ich bin es mal wieder und ja willkommen zu einem weiteren video und diesmal eigentlich live im stream allerdings nehme ich das jetzt hier auf damit ich das halt nicht noch mal aufnehmen muss und es geht um den second kill von limit die sind also als einzige gilde neben meistert jetzt an dem fünften boss dran ich habe auch während ich den stream selbst laufen habe trotzdem den deep shade stream auf und man sieht ganz gut dass sie zwar schon einige tries auf den boss gemacht haben aber ich glaube der vorsprung wird nicht allzu groß sein und man darf nicht vergessen dass limit viel viel gear schon gesammelt hat und das hat eben meistens noch nicht gemacht von daher bin ich mal gespannt wie lange das ganze gut geht könnte auf jeden fall noch sehr spannend werden ich gehe davon aus dass meist wahrscheinlich bis ein uhr zwei uhr maximal drei uhr heute nacht noch raiden wird und limit wiederum wird halt noch ein bisschen länger raiden und von daher ja da sind wir mal gespannt wir müssen davon ausgehen dass der fünfte boss auf jeden fall gleich noch liegt in nächsten stunden ob wir dann noch den sechsten boss zu sehen bekommen ich glaube eher nicht ich glaube dass es eher dann eher so im hinblick auf morgen mittag oder so ausgelegt ja sonst gab es nichts spannendes das war eigentlich alles wichtige es gab wieder ein bisschen internet problem bei meistert habe ich gesehen aber jetzt auch nicht so dramatisch von daher ist alles in ordnung und ja das war's eigentlich schon schauen wir mal wann der nächste kill kommt in diesem sinne macht's gut bis zum nächsten video ciao